So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist passiert wie Tomaden, der ausgelutscheste Wie-Vergleich im Battle-Rap-Business ist zurück. Nein, aber ich habe heute was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ich bin so froh, ich habe heute früh gedacht im Bett, ich sterbe und springe gleichzeitig in die Luft mit der Matratze, die am Boden liegt. Wir wollen das Geheimnis erstmal kurz lüften. Also es steht ja schon im Titel, man sieht es am Thumbnail, man sieht es am Hintergrundbild, man sieht es am Buddy, der da komisch durch die Gegend kraxelt. Was macht der da? Okay, ihr seht, ich laufe gerade damit. Ihr seht, ich bin schon erregt und der Buddy ist auch erregt. Alles ist erregt. Digga, was geht ab? Wir können aber noch nicht wieder füttern. Ich habe den auch gerade angelegt als Buddy und er heißt, wie heißt er? Andy Wanderer. Warum? Der ist vom Andy der Wanderer. Der ist aber nicht getauscht oder so. Wir haben heute einen Raid zusammen gemacht. Und ich habe heute wirklich, ich habe, Heatran war so oft da. Heatran hat so viele Raid-Manias gehabt, so viele Raid-Stunden. Ich wurde so oft eingeladen. Ich habe so viel selber mitgemacht. Damals mit Furz-Bob zusammen. Wir haben Heatran-Duos gemacht. Tausend Stück. Direkt am Anfang hat er sein Hunderter bekommen. Ich habe nichts bekommen. Jedes Mal, wenn Heatran da war, habe ich gedacht, okay, ist ja nur Heatran, war schon so oft da. Aber auf der anderen Seite, ich finde dieses Pokémon ja an sich eigentlich cool. Das Design, das Monster an sich, es erreicht relativ hohe WP. Ich wollte unbedingt einen Hunderter haben. Jetzt habe ich in den Raid-Manias diverse Heatran bekommen. So. Ich habe die jetzt mal alle hier so ein bisschen sortiert. Ihr seht mittlerweile, wie viele Shinies davon da sind. Mal gute, mal schlechte, mal hin und her. Hier ist sogar noch ein getauschtes Heatran, was ein 98er ist. Mit 15, 15, 14 könnte man hochziehen. Habe ich aber nicht. Denn anstatt das Lucky 98er hochzuziehen, habe ich dann irgendwann ein Shiny 98er hochgezogen. Wie man hier sieht, das ist auch ein Shiny. Ein Shiny 98er mit 15, 14, 15. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr, von wem das war. Also das kam auch durch eine Einladung Graz, Steiermark, Österreich. Wenn du das Video siehst und noch weißt, bei welcher Raid-Einladung in der Raid-Mania dieses 98er-Shiny rauskam, aus Graz, Steiermark, Österreich, dann schreib es mal bitte drunter. War es vielleicht der Petscher-Boy? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall habe ich dieses dann hochgezogen. Das ist zwar schon cool, ein 98er Shiny, aber ich wollte unbedingt ein 100%iges haben. Und nun habe ich ein 100%iges Heatran am letzten Tag. Ihr wisst, morgen 10 Uhr kommen die Eier. Ab 11 Uhr könnt ihr Kyokre und Graudon raiden. Vorher wird sich nicht wirklich was abspielen. Heute habe ich eigentlich andere Sachen zu tun. Und jetzt frühs habe ich gedacht, ich gebe nochmal ein bisschen Gas. Habe versucht, noch ein paar Heatran zu raiden, bin fast dran verzweifelt. Und dann kam der Raid mit Andi, der Wanderer. Ich war in der Lobby. Ich war ganz alleine in der Lobby. Ich habe gedacht, okay, pass auf. Die Lobbys sind leer, keiner zockt, egal wo du bist, alles ist Mist, Scheiße, was soll das? Und dann habe ich gedacht, lad einfach auf gut Glück Leute ein. Dann hat das ein paar Mal funktioniert. Drei, vier Leute sind reingekommen. Wir haben das gemacht. Manchmal sind auch fünf Leute reingekommen und sind alle wieder raus. Ich stand drin, ganz alleine. Der Raidpass war weg. Sonst wie. Und dann diese eine Raid. Ich lade wieder fünf Leute ein. Einfach random, gerade die mir online angezeigt wurden. Andi, der Wanderer, geht rein. Er ist mit mir ganz alleine drin. Ich habe gedacht, okay, der geht eh wieder raus. Dann war der bei zwei Sekunden immer noch nicht raus. Ich dachte, wenn ich jetzt rausgehe und sein Pass steckt da drin, das bricht mir das Herz um seinen Pass, um ihn und sonst was. Also habe ich gedacht, ich bleibe einfach drin. Und weiß Gott, im Raid, wir waren wirklich zu zweit in dem Raid. Wir haben es nicht geschafft. Ich wusste nicht, ich kann das sein Level nicht, ich kann das sein Pokémon nicht. Er war Level 41. Mit Bob damals haben wir das zu zweit geschafft. Wir haben dann immer eine Groudon oder eine Sumpex-Armee genommen. Sumpex? Sumpex, Sumpex. Ja, Sumpex mit Bodenattacken, mit Bodenmoves. Ich wusste, wie gesagt, nicht, was er hat. Wir sind auch keine besten Freunde mit Bob damals. Wir hatten schon den Best-Friend-Bonus. Und ganz knapp haben wir es nicht geschafft. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich wollte erstens nicht, dass mein Pass weg ist. Ich wollte nicht, dass sein Pass weg ist. Also habe ich zwei Accounts rausgeholt neben mir. Habe den Raid wieder eröffnet. Habe ihn nochmal eingeladen. Habe zwei Einladungen an meine zwei anderen Handys gesendet. Habe die über Fan-Raid mitmachen lassen. Habe darauf gehofft, dass Andi, der Wanderer, wieder reinkommt. Und Andi, der Wanderer, ist wieder reingegangen. Zum Glück. Sein Raid-Pass hat ja immer noch drin gesteckt. Er hat den Raid gemacht. Ich habe den Raid gemacht bei den anderen Handys. Ich habe es gar nicht gefangen. Ich bin direkt geflohen. Und was sehen meine Augen nach dem Raid? Was blitzt auf? 26, 81. Nicht nur ein Hunderter. Sondern ein wettergebustetes Hunderter. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Am 18.01. Direkt heute frisch gefangen. 100% Wetterboost. Hunderter Heat-Train von Andi, der Wanderer. Deswegen habe ich das auch so beschriftet. Und jetzt habe ich gedacht, für dieses Video wäre es wirklich sehr interessant. Wie viele Raids habe ich dafür gebraucht? Und dann auch gleich mal zum Vergleich dazu. Das ist ja nicht mein erstes legendäres Hunderter. Ich habe ja viele verschiedene legendäre Hunderter. Wir können ja mal kurz hier gucken. Ich habe das hier eingefügt. Legendär und 4 Sterne. Alle, die ihr hier seht, sind 100% legendäre. Ihr habt hier Lavados, Mewtwo, Entei, 2 Kyoko, Groudon. Dann habt ihr 2 Raikwasa. Jetzt das Heatran dabei. Ihr habt hier Kobaldium, Giratina, Regiram, Cekrom und Kyurem. Und ich wollte unbedingt in dieser Sammlung dieses Heatran dabei haben. Und wenn ihr jetzt mal schaut, man kann sich ja das alles angucken. Man sieht das ja alles hier. Also theoretisch müsste ich die nicht bewerten. Weil man sieht ja, okay, das ist 4 Sterne legendär. Aber das bei dem Lavados sieht man schon. Das war ein Krypto damals. Damals habe ich dann erlöst zu einem Hunderter. Hätten einige jetzt gesagt, dann war das doch aber ein richtig gutes Krypto. Hätte ich nicht erlöst, hätte ich es so gelassen. Damals habe ich mich mit den Kryptos noch nicht ausgekannt. Ich wollte einfach nur die 100er legendären Sammlungen aufrechterhalten. Habe das erlöst, fertig. Ich habe noch ein zweites Krypto-Lavados. So ist das jetzt nicht. Und um euch nochmal zu zeigen, dass das auch passt. Es ist ein 100%iges. Und jetzt guckt euch mal an. Generell Lavados. Wie viele Lavados-Rates habe ich gemacht? Um ein 100er zu erhalten. Kann man ja so eigentlich gar nicht sagen, weil das ist ja nicht aus dem Raid. Trotzdem, 113 Lavados-Rates. Bei manchen bin ich auch einfach geflohen, damit es schneller geht. Oder habe die nicht gefangen, weil ich zu dumm war zum Werfen. Wir gehen mal nur auf die Gesehen-Anzeige. Die ist wichtig. Weil ihr müsst euch vorstellen, man kriegt zwar jeden Tag ein gerades Raid-Pass. Aber meistens macht man ja trotzdem an dem Tag vielleicht noch was anderes. Oder man macht mal eine Raid-Tour oder sonst wie. Jetzt stellt euch vor, ein Raid-Pass ist 1 Euro. Umgerechnet 113 Euro für Lavados. Wenn wir gerade einmal hier sind, können wir auch mal kurz gucken. 104 Euro bei Zapdos. Aber da habe ich ja kein Hunderter. 99 Euro für Arktos. Aber da habe ich kein Hunderter. Was ich habe, ist immer das Pokémon. Das Lucky davon. Und das Shiny davon. Deswegen, hier sind ja auch die Shiny-Symbole dran. Dass ihr das seht. Also, von den drei Vögeln habe ich das Hunderter-Lavados. 113 Euro. Wenn ich jetzt zurückgehe. Ich muss leider jedes Mal wieder neu dieses Feld eingeben. Junge, gebt doch ein. Mewtwo. 100% Rüstungs-Mewtwo. Jetzt guckt bei Mewtwo. 230 Euro für Mewtwo. Shiny, Lucky, alles da. 230 Euro für Mewtwo. Aber kein normales Mewtwo als Hunderter. Nur das Rüstungs-Mewtwo. Das normale Mewtwo wäre natürlich krasser. Weil das Rüstungs-Mewtwo, ihr seht das ja selber. Das ist voll gepusht. Das kommt auf 3.187. Wenn es keine Rüstung an hätte, wäre das über 4.100. Und wäre natürlich heftig der Boss. So ist es einfach. Mewtwo können wir aber am 20. Februar raiden. Vielleicht kommt da ja noch das Hunderter mit bei. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Das heißt, Mewtwo, der Wert wird noch steigen. Bei diesem Pokémon. Alles drum und dran. Jetzt muss ich es wieder eingeben. Dann haben wir Entei. Was macht Entei? Der war sogar damals aus Coburg gefangen. In einer Raid-Tour mit Schikaria und Honigkuchenschneckli. Der Furzbop war auch öfters dabei. Zu den Zeiten. Da war noch alles ein Gespann. Am 21.09.2017. Ihr seht, wie alt der schon ist. In Coburg, Bayern. Unterwegs. 100% Entei. Ich versuche die 100%igen Legendären auch alle auf Best Buddy zu machen. Wenn wir jetzt hier mal gucken. 147 Euro für Entei. Zack. Was haben wir noch? Raikou. 162 Euro. Bei Raikou reingeballert. Aber kein Hunderter. Eine andere Richtung. Suikun. 123 Euro. Aber auch kein Hunderter. Bei den anderen habe ich vielleicht als höchstes immer so ein 96er mit 15 Angriff. Oder ein 98er bei Raikou. Habe ich glaube ich zwei 98er auch gemaxed. Aber eben kein Hunderter. Das Hunderter ist nur bei Entei da. Ja gut. Lugia und so. Hätte man auch gucken können. Aber da muss ich jetzt ewig suchen. Wir gucken also nur die da dazugehören zur Familie sozusagen. Wir haben Kyokre. Wir haben hier 100% Kyokre. Was ich Best Buddy gemacht habe. Noch 100% Kyokre als Best Buddy. Wir haben 100% Graudon. Wo mich damals in dem Video Frau Deluxe eingeladen hat. Nach dem Raid habe ich auch nicht schlecht gestaunt. In der Nähe von Lebach Saarland. 100% Graudon. Durch die Einladung von Frau Deluxe. Das war auch richtig cool. Genauso wie hier 100% Raikou. Das eine habe ich selbst gefangen. Und das andere. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Horst of Death. Ich habe noch geschlafen. Der Horst of Death. Beziehungsweise der Kenny. Beziehungsweise der Kalsari Ken. War unterwegs. Hat einen Raid gemacht. Hat gedacht. Er braucht noch einen Account. Der hatte meine Daten. Hat mir geschrieben. Kann ich fix einen Raid bei dir mitmachen. Und so. Ich habe nicht geantwortet. Dann hat er gesagt. Er ist davon ausgegangen. Ich bin eh nicht im Spiel. Weil ich nicht antworte. Eigentlich genau. Wenn ich nicht antworte. Bin ich ja vielleicht gerade im Spiel. Und spiele. Und sehe deswegen die Nachricht nicht. Er hat auf jeden Fall einfach den Raid mitgemacht. Bei sich. Und dann war es ein Hunderter. Und dann hat er das gefangen. Und ich wache irgendwann auf. Und gucke so in meine App rein. Und sehe 100% Raid Quaser. Fand ich auch richtig brutal. Deswegen. Horst of Death. Heißt ja hier. Das habe ich irgendwann später nochmal selber bekommen. Jetzt wollen wir bei den dreien gucken. Wie sieht es da aus. Gehen wir wieder auf das erste. Gucken mal. 258 Euro. Klingt schon gut. Ist auf jeden Fall eine Menge. Ihr wisst. Kyoko, Groudon kommen also morgen. Ab 11 Uhr könnt ihr die morgen raiden bei uns. Shiny. Lucky Shiny. 100er. Man hat schon alles. Aber XL Bom Bombs wären bei denen natürlich cool. Bei Groudon. 224. Ist ein kleines bisschen weniger. Aber trotzdem. 224 Euro. Und dann. Rai Quaser schlägt mit 270 Euro auf. Bis das 100er kam. Sozusagen. Obwohl das 100er war ja vorher schon da. Man hat trotzdem noch weiter geradet. Vielleicht irgendwann mal ein 100er Shiny und so. Rauszuholen. Ihr müsst diese Werte alle mal zusammenrechnen. Diese Kosten die da dabei sind. Das lassen wir jetzt aus. Ich habe euch ja gesagt. Oder im Titel steht ja glaube ich. Mein teuerstes Legendäres. Deswegen guckt man uns da als letztes an. Wie viel ich da gemacht habe. Wir haben hier noch das Giratina. Giratina ist auch Best Buddy natürlich. 9er Elfter. 9er Elfter. Wir gucken da mal kurz rein. Wie viel gab es bei Giratina. 229. Für Giratina. Habe ich leider nur das Normale. Also das hier mit den Füßen. Als 100%iges. Die Urform wäre natürlich auch noch genial. Die fliegende Made. Also wenn das käme nochmal. Das wäre auch eins. Wo ich dann richtig rein suchten. A.k.a. Reincashen würde. Um da noch einen 100er zu bekommen. Ist ja auch auf jeden Fall stärker als das. Trotzdem. Das als 100er nimmt man mit. 229. Was haben wir sonst hier? Guck mal. Greselia. 97 Stück. Da war das Interesse so gering. Da hat man eigentlich gar nicht wirklich was gemacht. Dark Rai. 88 Stück. Auch kein 100er. Kann man auch nicht tauschen. 88, 55. Coole Zahlen auf jeden Fall. War hier noch was davor? Oh. Da war schon das Heatran. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Kriege Gigas. 29. Aber kein 100er. Ähm. Wieder zurück. Wieder rein. Wieder gucken. Cobalium. So. Wir haben Cobalium. 100%. Da habe ich eins gemaxed. Wie man sieht. Auf 3022. Und eins ist noch übrig. So gefangen. So gelassen. Auf Level 20. Oder was das war. Bei Cobalium gucken wir natürlich auch mal. Wie teuer das war. 27. Woo. Ihr seht bei anderen. Ihr habt 250 Raids. Und kein 100er. Cobalium. 27 Raids. Und 200er. Wie unterschiedlich das doch ist. Wenn wir Cobalium uns angucken. Terrakium ist ja genauso. Ihr könnt ja nochmal aufs Shiny drücken. Dass ihr das seht. Terrakium. 94 Raids. Und kein Shiny. Ach. Kein 100er. 200er. Bei 27 Cobalium. Kein 100er. Bei 94 Terrakium. Und dann aber noch Viridium. 34. Auch kein 100er. Aber gut. Da habe ich es auch nicht drauf angelegt. Viridium. Cobalium. War für mich eigentlich nur. Nehmt man mal mit. Mit dem täglichen Pass. Ansonsten habe ich nicht wirklich danach gesuchtet. Oder geradet. Ihr seht bei den meisten steht auch einfach Glücks Pokémon 1. Nämlich das Shiny. Als Glücks Pokémon getradet. Dass man das eben hat. Den Glückseintrag wollte ich immer mit dem Shiny machen. Hier auch. Terrakium. Ein Glücks Pokémon. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Es geht ja noch weiter. Und zwar haben wir unten drunter. Das mit den Glücks Pokémon ist auch ganz wichtig. Ich habe im Prinzip jedes, was es als Shiny gibt, mir einmal getauscht. Als Glücks Pokémon sozusagen. Jetzt habt ihr hier das Regierahmen. Jetzt habe ich den Stern weg gemacht. Regierahmen. Was denkt ihr? Viel? Wenig? Gar nicht? 27.05. In der Nähe von Strafheyen, Thüringen, Deutschland gefangen. Wenn ihr das Datum kennt. Das war der allererste Tag, an dem das da war. Ich habe damals den Community Raid gemacht. Mit Video. Ich habe mein erstes Regierahmen gefangen. Ich habe auf dem zweiten Account einen Regierahmen gefangen. Im selben Raid. Ich war Glücksfreunde. Habe den rüber getauscht. Und er war direkt 100% Lucky Regierahmen. Ich habe den direkt danach auch gemaxed. Da habe ich halt Sonderbonbons reingesteckt am Anfang. Das war mir egal. Habe ich hier gemacht. Wir gucken jetzt mal, wie viele ich danach aber noch gemacht habe. Es war ein Monat da. Ich habe also jeden Tag den täglichen Pass gemacht. Ansonsten habe ich da nicht viel gemacht. Und ihr habt auch nur einmal das Glücks dabei. Cekrom. 56.55. 7 Glücks. Bei Cekrom habe ich auch so oft versucht, durch einen Glückstausch das zu bekommen. Als 100%iges. Hat nicht geklappt. 7 Mal getauscht. 56 gemacht. Trotzdem Imray dann das 100er bekommen. Habt ihr ja gesehen. Ähm. Ja. Dann bleibt unten noch eins übrig. Und zwar. Ihr seht, das ist auch schon. Das ist Based Buddy. Das ist Based Buddy. Da bin ich gerade auf dem Weg, den zu Based Buddy zu machen. Badilb. Oder eigentlich bekannt als Kyurem. Kyurem habe ich auch Raids gemacht. Raids gemacht. Das war auch so lange da. Kam dann nochmal einen ganzen Monat zurück. Hab ich Raids gemacht. Was sollte man sonst raiden. Der kam auch durch eine Einladung. Bei einer Raid Mania. Da hat Badilb eingeladen. Ich habe angenommen. Und das war direkt auch ein 100% wettergeboostetes Kyurem vom 2.12. Habe ich mich auch gefreut. Muss noch die Schleife dran. Aber Kyurem habe ich trotzdem glaube ich mega viele Raids gemacht. Bis das halt dann, ja, durch die Raid Manias, die danach kamen, hat das noch ordentlich reingecached. Wir gucken hier mal rein. 212 auch. Obwohl das 100er, das 100er war da, bevor die 50 Raid Manias jetzt glaube ich da waren. Keine Ahnung. Oder es war am Anfang in einer und ich habe die anderen trotzdem noch durchgezogen. 212 Euro auch hier für Kyurem. Aber das ist alles nichts. Denn hier habt ihr die Werte jetzt schon gehört und gelesen. Hier habe ich auch 6 Glückstrates gemacht. 6 Lucky Trates, um an einen 100er zu kommen. Alle sind ins Klo gefallen. Alle waren Griff ins Klo, meine ich. 212 Euro, dann da noch 100, dann da 200, dann da 300, dann was weiß ich. Keine Ahnung. Aber nichts ist, nichts zum Vergleich, was jetzt noch kommt. Denn jetzt kommt Heatran. Heatran, wie lange? Und jetzt, am letzten Tag. Heatran, 100%. Andi der Wanderer. Heatran. 100% Andi der Wanderer. Ich gehe da drauf. Guckt euch alles in Ruhe an. Guckt euch die Zahlen an. Guckt, ich drehe durch. 334 Stück. Mich würde mal interessieren, Wie viele gesehene Heatran habt ihr? Wie viele habt ihr je gemacht? In der ganzen Zeit, wo das da war. Wie viel habt ihr gemacht? Gibt es jemanden von meinen Zuschauern, der mehr als 334 hat? Das sind 334 Euro, wenn ihr euch das mal umrechnet. Und ihr seht, Glücks-Pokémon. 23. Ich habe noch nie ein Pokémon öfters im Glücks-Trade getauscht als Heatran, weil ich einfach das 100er wollte. Ich muss sagen, ich kriege theoretisch sehr oft Lucky Friends. Und so habe ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Lucky Trade hatte, gesagt, ich nehme Heatran. Ich nehme Heatran. Und die Leute immer, Shiny? Nee, nee. Ein ganz normales reicht mir. Ich will nur ein 100%iges. Ob das Shiny ist oder nicht, ist egal. Du brauchst mir kein Shiny geben. Ihr habt gesehen, ich habe alles voll mit den Shinies. Aber ich wollte unbedingt ein 100% Heatran. Habe 23 garantierte Glücks-Trades gemacht. Keiner davon war Zufall. Alle waren beabsichtigt. Und in 23 Glücks-Trades war keins dabei. Und heute bei dem Raid mit Andi, der Wanderer. Verkackt. Nicht geschafft. Nochmal neu eingeladen. Noch einen anderen dazugenommen. Von mir selber. Wettergeboostetes. Hunderter. Richtig brutal. Heatran. 100% am letzten Tag bekommen. Morgen geht es weiter mit Kyogre. Morgen geht es weiter mit Groudon. 334 Euro. Ihr könnt, meinetwegen, ihr könnt alle Pokémon, die ich jetzt gezeigt habe, mal bei euch nachschauen. Und dann mir mal eine Liste drunter schreiben, wie viele ihr da habt. Von denen, die ich jetzt 100% da habe. Also, wie viele gesehen. Natürlich nur. Die Fangrate ist das sowieso komplett egal. Oder, was mir halt am wichtigsten ist, ist gerade Heatran. Gibt es jemanden, der mehr als 334 Heatran gemacht hat? Wenn ihr ganz krass drauf seid, dann macht ihr mir eine Liste mit Lavados, Mewtwo, Entei, Kyogre, Groudon, Requaza, Heatran, Giratina, Kobalium, Regiram, Zekrom und Badilb. Und Kyurem schreibt die untereinander und dahinter, wie viele ihr jeweils von denen gesehen habt. Es gibt sicherlich Leute, bei denen steht da Null. Weil die noch gar kein Pokémon davon haben, die den Pokédex-Eintrag nicht haben, gar nichts haben. Wäre für mich aber trotzdem interessant. Also, wer sich die Mühe macht, Grüße gehen raus, Kuss geht raus, würde mich interessieren. Wie viel habt ihr bei den einzelnen Pokémon? Oder habt ihr die noch gar nicht? Und was ist von diesen hier, die ich als Hunderter habe, was ist euer höchstes Gesehene, meist Geradete? Ich tippe bei den meisten eigentlich auf Mewtwo, aber viele haben Mewtwo auch noch gar nicht, die erst neu sind. Und deswegen wird es sehr spannend, was im Kommentarbereich abgeht. Wenn ihr eins davon als Hunderter habt, schreibt das auch drunter. Ansonsten, wenn ihr ein legendäres Hunderter habt, was ich hier nicht habe, schreibt das auch drunter. Macht heute mal richtig schöne Kommentare, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir sehen uns heute Abend wieder bei Chill mit Ramses. Zum Entspannen, Feierabends Bierchen trinken, YouTube-Videos gucken, chatten, labern. Einfach nur den Tag ausklingen lassen, den Abend genießen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Guckt ihn euch nochmal an. Ach man, das war falsch. Das war ein Honlio. Honlio. Gut, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses.